Nun habe ich die Ehre, das da noch zu machen. Und lauf, 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 lauf. Scan den Bereich und lauf. Und ich bin mal gespannt, wann der Rest anfängt mit, ähm, bau dir eine schöne Verhausung. Sucht hier Krieg Verbündete, Kämpfe für die oder gegen die Revolution, zieht hier schönere Klamotten an, hier ist so eine große Mission. Ja. Okay. Ich rate euch, zu seinem Haus auf der Ile-Saint-Louis zu gehen und es zu stehlen. Ja, stehlen! Ja, mache ich. 500 Meter. Ja, ja, geschenkt. Bist du bekloppt oder was? Die Nachthahn kann man dann sein, nur wenn ich einmal gegen ihn gerannt bin. Wer hat die denn die Mütze aufgesetzt? Egal. Kann man hier auch reinbringen? Ja. Aber schön, wie kätzerisch ich über den Friedhof einfach laufen. Habe ich leider niemand ins Wasser geschmissen? Ach nie. Ach nie. Ach nie. wo ich dann hier bin wenn ich ja auch gleich da oben drauf gehen ich muss da gar nicht rein nämlich an ich sehe ja nix da kommen wir hier hoch und guck mal du bist wahrscheinlich der höchste kommentier der punkt zum ausgucken ich sagte das wird nix du vollhorst das mechanismus wurde entdeckt im Wauw! und hoch und hoch und Erkundung der rote Punkt oder der rote Anlegersteg oder was auch immer die richtige Übersetzung wäre Hauptsache es läuft neue Schnellreiseziel freigeschalten Molinier Stadthaus finden Auf alles, danke Def, Enter Danke, ich habe nur 6.000 Franken das kann ich mir gerade noch leisten Ok, in diesem Riesenbereich soll ich jetzt ein Stadthaus finden anstatt dass ihm einfach die Adresse sagt Ok, ich habe es geahnt Ok Was an fallen lassen verstehst du gerade nicht Jetzt ist hier abgeschlossen oder was Ok, welches Stadthaus könnte wohl dem Dude gehören Entschuldigung Ich habe das Stadthaus gefunden Hätte schwören können, er kam hier entlang Ok Ok Der Heubalken ist also absolutes Klippu oder Ok Tschüss Ok Wenn ihr so doof seid, dann lasse ich das mal durchgehen Schau mal hier rein Schau mal hier rein Das bleibt nicht ungesöhnt Oh ihr Cheater Oh ihr Cheater So, und deine Pistole, ey So und deine Pistole, ey haben die denn gar nichts wo ist eigentlich der typ mit dem anzug Knoblauch. Den wollte ich haben. Jetzt sieht es aus, als hätte er wirklich was dabei. Die Truhe finden. Hier ist noch eine Truhe. Okay, wo sind jetzt die Treppen nach unten? Einfach rechts gezeigt, da sind sie aber bestimmt nicht. Okay. Hier? Auch nicht. Ja? 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 Ich muss wieder mit dir sprechen. Ja? 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 Ich mach dich nieder! Leg die Pistole weg, du Cheater! Okay. Ich spreche jetzt mit ihr und mache die Hauptmission weiter. Irgendwie muss ich doch hier zum Bonus-Ding ankommen, damit ich... bisschen was hinkriege. F und O. Kann ich hier irgendwie eine Schnellreise machen? Äh... Ich krieg nochmal F. Mir doch egal. Nein. Okay, ich krieg keine Schnellreise hin. Da laufe ich die 600 Meter alt. Ich hätte da noch einen Wattenteil gehabt, aber... Ich komm hier bestimmt noch mal hin. Oh, Sonne! So. 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 Da kann ich nicht hoch. Wohl vielleicht doch. Egal. Hier längstens noch ein Mord. Das ist mir egal, ich gehe auch hier zwischen den Leuten durch. Ich stoße sie alle zur Seite, weil warum sammeln die sich hier überhaupt? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, das ist mir egal. Oh, das ist mir egal. Der ist mir egal. der zweite teil des apparats ihr habt die nötigen elemente kommt zu mir wenn ihr bereit seid den letzten schritt zu warten ach komm kommt zu mir wenn ihr bereit seid den letzten schritt zu warten ich bin schon da egal auf zur story auch wenn der sagt mir wenn er mir sagt das level ist zu hoch für dich schmetter ich ihm freundlich entgegen irgendwas mit f und d gut schönes gebäude ok eine simple adresse wäre zu einfach und jetzt habe ich was rausfinden und mich möglichst nicht erwischen sprache und kletterte hier ganz auffällig hoch ganz dezent hierüber da was einsetzen was dann komisch leuchtet und näher den weg weist kein bestes da wo es passt warum nach links hat da jemand haben breiter gespielt ja bitte gehen nicht dahin wo ich hingucke alte tasse magst du mir noch brücheln muss ach so das ist das assassin's creed das medallion muss irgendetwas damit zu tun haben ok jetzt muss ich zum medallion das richtig hindrehen oder wie dass man hier so hochklettern kann nicht genau nicht 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 W-Shift-E W-Shift-E Falter, Falter Es ist durch die Chorale gegangen Jetzt bin ich im heiligsten, der Assassinen Und das finde ich super Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpart Was ist das für ein Ort? Das Sanctuarium Wir üben wir und bereiten uns vor Sicher vor den Augen unserer Feinde Okay Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Das ist kein Verlies Es ist ein Knotenpunkt Von diesen Tunneln aus kommen wir ungesehen An jeden Ort der Stadt Wir haben unsere Augen überall Ach so, viel sehen kann man hier aber nicht gerade Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpart Aha Und wie lange standest du im Dunkeln Und hast auf mich gewartet? Nicht lange Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen Okay Nun, es war ein beachtlicher Auftritt Machst du dich lustig? Nein, nein Wirklich Sehr theatralisch Stell jetzt Wir sind da Der Kandidat möge vortreten Ja, wohin? Hey Wer seid ihr? Also Der Sohn von Charles Dorian Kommt zu uns Belek dachte, du würdest nicht kommen Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen Monsieur de la Serre Mein Vater Ich will es wieder gut machen Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Hey Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich Ine, Zunubahu Tutkilu Kailai Halantar Muttaakidon Min Anna Kavalik Inao Kadendrala Muajati Emul Hakala Seya Kuno Zaidan Also gut Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück Fick dich, ja? Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Hey Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige Ja Dann trink Prost Ich hab vorhin schon komisches Zeug getrunken Sag mal, du jetzt kann Rückzieher Scheint ja ganz schön rein zu hauen Okay, da ist eine Hügel Ist jetzt nicht so, als würde mich das überraschen Was geschieht denn? Hallo? Oh yeah Juventus, adultus, puerdi, naturus, mortis Ab geht es Und ich liege hier einfach auf dem Boden Und folgt diesem wunderbaren Pfad Kann ich nicht mitkommen, Vater? Courage Du wartest hier Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger oben steht Und mach mir ja keinen Unfug Ja Daran erinnere ich mich Das haben wir vorhin schon gesehen Vater Wo steckt der Junge? Ich hatte ihn doch selbst Wir sollten links trex Vater, ich bin Ich bin hier Okay, hab durch die Unterwelt Und diesen langen Gang entlang Shift und E Und dann noch links und rechts steuern Oder was?